hallo liebe leser in diesem clip geht es vor allen dingen um windows 8 und zwar die steuerung von windows 8 über touch oberfläche beziehungsweise per tastatur und maus windows 8 die oberfläche die kacheloberfläche ist natürlich ausgelegt auch für geräte mit touch display und wir haben in dem fall ein gerät mit touch display und wenn ich von rechts nach links eine geste machen erscheint rechts die seitenleiste über die man zugriff auf viele wichtige befehle hat zum beispiel über auf die suche man kann inhalte teilen inhalte teilen ist beispielsweise wichtig wenn ich eine app geöffnet habe und ich möchte per kopie und paste ein inhalt teilen per mail oder auf facebook dann klicke ich auf share und dann kann ich den inhalt per mail oder an meine kontakte schicken aber in dieser seitenleiste kann ich auch schnell wieder auf den startbildschirm klicken das geht übrigens mit der tastatur viel einfacher hier muss ich einfach immer nur die windows taste drücken um von der app wieder zurück zu wechseln also die windows taste hat eine neue bedeutung und außerdem habe ich hier zugriff auf alle angeschlossenen geräte in der seitenleiste und auch auf einige einstellungen was kann ich noch machen über die seitenleiste beziehungsweise wie rufe ich sie auf per maus sie müssen an das rechte obere eck des desktops oder unten rechts wie gesagt touch geste mit der maus oben rechts oder unten rechts was habe ich hier noch für möglichkeiten hier listet windows 8 auf der kacheloberfläche alle programme auf die kann ich jetzt per touch einfach verschieben so wie ich es gerne hätte ich kann auch eine neue rubrik also sind immer gruppen die hier angelegt werden hier zieht das jetzt mal eine neue gruppe und wenn ich die übersicht verliere kann ich auch das alles suchen und mir hier eine so eine gesunde ansicht anzeigen und von hier aus kann ich auch ganze gruppen verschieben was bringen gruppen nun gruppen kann ich auch benennen also hier nutze ich jetzt mal die tastatur ich klicke mit der rechten maustaste drauf da haben sie unten in der leiste eine funktion mit der ich der gruppe einen namen geben kann ich bin denn die jetzt mal pc welt sie könnten das natürlich analog auch tools oder internetprogramme spiele benennen und sie sehen jetzt erscheint über dieser gruppe der gruppenname und hier können sie hat auch wieder inhalte hin und her verschieben und ja auch die gestaltung dieser live karren kann ich ändern und zwar wenn ich hier zum beispiel mit der rechten maustaste drauf klicke mit dem finger müsste ich jetzt länger drauf gedrückt halten um unten die leiste anzeigen zu lassen kann ich eine große kachel auch kleiner erscheinen lassen und dann nimmt die nicht mehr so viel platz weg sie sehen also sie haben die wahl zwischen tastatur oder touch oberfläche es unterscheidet sich halt teilweise ein bisschen windows 8 startet in dieser kacheloberfläche wenn sie auf das desktop wechseln möchten müssen sie hier unten auf diese kachel klicken und dann kommen sie auf den desktop alternativ geht es auch mit der windows taste und wenn wir schon bei der windows taste sind also wenn sie eine tastatur natürlich nutzen dann können sie auch immer durch drücken der windows taste immer hin und her schalten zwischen desktop und kacheloberfläche wenn sie übrigens mehrere monitore besitzen können sie festlegen auf welchem monitor soll das desktop erscheinen auf welchem soll die kacheloberfläche erscheinen und so können sie hat wirklich auf einem arbeiten während auf dem anderen hat permanent oder auf tastendruck dann die kacheloberfläche angezeigt wird wenn ich mich jetzt auf dem desktop befinde kann ich auch jederzeit diese sogenannte seitenleiste also die schamleiste die nennt microsoft so einblenden und kann auch hierüber entweder in die pc einstellungen wechseln oder auf das auf die startoberfläche das geht natürlich wie gesagt auch mit der maus indem ich dann einfach nach oben oben rechts in die ecke wechsle ich habe auf dem rechner jetzt mehrere apps also mehrere modernen apps gestartet und wenn ich jetzt hier mit dem maus zeiger nach oben links fahre dann werden mir alle aktuell geöffneten apps angezeigt also ich habe hier die solitär app die mainz über app und die pc welt app wikipedia und die bing app geöffnet und zusätzlich wird mich hier das startmenü angezeigt das ist ein bisschen tricky mit der maus weil wir mussten mit der maus erst ganz nach oben links und dann in einem zug nach unten ziehen dann erscheint das wenn man die maus nur nach oben links fährt dann wird nur das fenster der zuletzt geöffneten app angezeigt wenn ich dann da drauf klicke wechsle ich zwischen den apps hin und her erst wenn ich den maus zeiger nach unten fahre sehe ich dann wirklich auch alle apps das geht mit der touch steuerung ein bisschen einfacher weil wenn ich hier einfach von rechts nach von links nach rechts fahre dann bietet er mir die möglichkeit die an die nächste app zu öffnen das heißt ich kann so wenn ich ein tablet habe immer von einer app zum nächsten wechseln und ich kann wenn ich es nicht ganz rein ziehe zwei apps parallel öffnen indem ich es einfach nur bis hier hin hier so ein trenner hinein ziehe und dann habe ich zwei apps parallel oder ich könnte hier auch den desktop einblenden das heißt ich könnte hier einfach mindsweeper oder irgendwas anderes parallel laufen lassen und kann so zwei apps auf einmal nutzen zweite möglichkeit mit der touch steuerung dazu wechsle ich mal wieder auf den desktop weil es dann einfacher zu sehen ist wenn ich den finger erst von links nach rechts und dann auf halbem weg wieder zurück dann zeigt er mir alle aktuell geöffneten apps an jetzt gibt es hier auch einen trick ich kann entweder die app auswählen wenn ich die app ganz schließen möchte dann ziehe ich sie richtung desktop boden dann wird sie wirklich geschlossen also nicht nur im hintergrund geschlossen aber wirklich auch physikalisch geschlossen apropos geschlossen ich habe viele apps habe ich ihm gesagt offen schauen wir mal in den task manager was passiert eigentlich wenn ich eine app geöffnet habe sie sehen hier werden alle apps gelistet bing maps und so weiter sie alle belegen speicher aber keine cpu leistung das heißt die rechenleistung steht weiterhin verfügung für das was sie gerade tun nur speicher wird belegt und wenn sie mehr wenn das system mehr speicher benötigt weil es gerade eine speicherintensive app oder ein programm ausführt dann schließt es die zuletzt also die als allerletztes genutzte app in windows 8 fehlt zwar der startmenü button unten links aber trotzdem haben sie einen schnellen zugriff auf dem desktop auf die wichtigsten funktionen von des betriebssystems die man früher im startmenü gefunden hat indem sie einfach die windows taste und x drücken also hier werden dann einige wirklich häufig benötigten befehle eingeblendet wie zum beispiel programme und funktionen ich kann hier jetzt ein programm mit installieren oder ich kann die kommando zeile aufrufen also sie müssen nicht irgendwelche anderen umwege gehen oder auch den task manager das spart den umweg über rechtsklick auf die task lassen sie müssen nicht irgendwelche umwege gehen und brauchen auch das startmenü nicht vermissen weil es gibt dann wie gesagt windows taste und x und es erscheint dieses menü eine andere funktion die ich ganz praktisch finde ist sie sind auf dem desktop und möchten jetzt excel starten sagen wir mal das ist eigentlich ziemlich clever gelöst und in windows 8 und auch nicht viel umständlicher als bisher also bisher wären sie in das startmenü gegangen hätten den eintrag excel gesucht oder unten in das sucheingabefeld von des startmenü suchfeldes eingegeben und dann enter gedrückt das ist hier in windows 8 eigentlich genauso schnell und zwar drücke ich die windows taste ich wechsle auf den desktop gebe auf der tastatur ohne dass ich etwas anderes auswählen einfach sofort excel ein es wechselt dann also in die suchanzeige excel wird als erstes ergebnis angezeigt ich drücke enter und excel wird gestartet also wenn sie den programm vom namen kennen was ja in der regel der fall sein sollte können sie ganz einfach also über die eingebaute suche von windows 8 danach suchen und das programm direkt aufrufen das geht übrigens mit allem was man so auf dem rechner sucht und findet also ich gebe jetzt mal pc welt ein auf dem rechner ist die pc welt windows 8 app installiert deswegen listet er mir das unter apps an auf aber ich könnte jetzt auch den internet explorer hier auswählen dann würde sofort eine suche angestoßen nach dem begriff pc welt was haben wir noch herunterfahren des systems ist auch ganz wichtig in windows 8 fehlt ja der start button wie fahre ich jetzt mein system runter erste möglichkeit ich gehe hier über die schamleiste gehe hier in die einstellung und gehe hier auf den ausschalt knopf ist halt ein bisschen umständlich einfacher geht es wenn sie eine tastatur haben alt f4 drücken und es erscheint dieser dialog und hier können sie jetzt auswählen wie das system herunterfahren soll ganz in den schlaf modus oder ob sie einfach nur den nutzer wechseln möchten sie sehen also es gibt unterschiedliche möglichkeiten um mit windows 8 umzugehen ich persönlich bemängle ein bisschen dass microsoft an vielen stellen nicht so richtig erklärt wie eigentlich etwas funktioniert und das den anwendern letztendlich überlässt selber herauszufinden aber dafür gibt es ja schließlich uns wir haben auf pc welt im windows 8 special zum beispiel ein special in dem wir ihnen nochmal die steuerungsmöglichkeiten für windows 8 ausführlicher läuter mit vielen screenshots und dort finden sie auch ein artikel in dem wir ihnen die wichtigsten hotkeys für windows 8 auch mal ausführlich vorstellen weil es gibt jede menge neuer hotkeys